Schatz, ich geh jetzt. Du passt auf die Kinder auf. Bye, Schatz. Was? Nein! Dad, ich will in den Wasserpark gehen. Wie viel kostet das? Ich hab nicht genug Geld für ein Ticket. Aber ich werd mir etwas einfallen lassen. Tada! Setz dich und halt dich gut fest. Fertig und los! Wow, wie schnell! Es reicht. Mir wird schlecht. Dad, ich will mit der Geisterbahn fahren. Los! Komm, komm, komm! Okay, ich zeig dir ein Spukhaus. Komm rein! Ein Monster! Hm? Wie funktioniert diese Waschmaschine? Ich versteh's nicht. Das ist schwieriger, als ein Flugzeug zu fliegen. Okay, ich werf einfach alles rein. Und schalte sie ein. Ich bin Ingenie. Äh, ist so viel Schaum normal? Dad! Machst du eine Schaumparty? Oh, Christi! Komm her! Ist das mein Oberteil? Es ist geschrumpft! Ist schon gut. Deine kleine Schwester kann es haben. Ich hab keine Stifte mehr. Dad! Warte! Ich bin müde. Hier ist mein neues Malbuch. Dad, du bist ein Meisterwerk. Wir haben keine Cornflakes mehr. Alle Schachteln sind leer. Was ist denn Katzenlapf? Und was ist denn Christis Schüssel? Katzenfutter! Christi, ist das nicht! Sonst fängst du vielleicht an zu miauen. Mädels! Lasst uns verstecken spielen! Ich versteck mich zuerst. Wo ist Dad? Wo ist der? Niemand wird mich unter dem Bett finden. Ich kann hier schlafen. Au, au, au! Dad ist unter dem Bett! Hier seid ihr auf meinen Streich reingefallen! Meine Tochter bekommt Müsli! Ups! Das ist was, Schmittel! Hier ist das Müsli! Mein Lieblingsmüsli! Warte! Willst du keine Milch? Ich mag keine Milch! Und? Wenn es Puppet-Milch ist? Okay, diese Milch ist toll! Ich fühl mich wie Beyoncé! Hey, Schönheit! Ich brauch auch den Föhn! Kannst du mich hören? Ich hol Dad! Dad! Deine jüngere Tochter hört nicht auf mich! Dad? Oh, vergiss es! Moment! Hm? Das sind nicht meine Schulbücher! Wo sind meine Bücher? Die Grundwerte der Tangensfunktion beziehen sich auf spitze Winkel! Durch diese Gute-Nacht-Geschichten werde ich immer ganz müde! Großer Rucksack! Kleiner Rucksack! Und der Mittagessen! So, das war's! Lernt fleißig! Dad hat das toll gemacht! Hm, was ist das? Sind das Nudeln? Warum sind die hier drin? Mh, Essen! Nein, das kann ich nicht essen! Dad! Ich will Süßigkeiten! Hm? Hier sind zwei Dollar! Such dir was aus! Hm, das reicht nicht! Dad will es ja nicht anders! Wir nehmen das! Und das! Und das auch! Dad! Ich will Kekse! Und wer bezahlt das? Du hast da was in deinen Taschen! Hm? Warte! Das gehört mir nicht! Schätzchen! Okay, dann muss ich das halt zahlen! Dad! Gib mir Geld! Bitte! Christi, ich hab kein Geld! Dad! Spielst du mit mir Puppen? Dad ist beschäftigt! Hier ist etwas Geld! Geh und kauf dir etwas! Dad! Spielst du mit mir Puppen? Klar, gerne! Hm? Mädels! Das Frühstück ist fertig! Guten Appetit! Sind das Essensreste? Das werden wir nicht essen! Ih, Dad! Okay, was würde Mom tun? Sie würde sich eine Schürze umbinden! Na klar! Frühstück vom Chefkoch! Ihr liebt doch Burger, oder? Danke, Dad! Danke, Dad! Danke, Dad! Dad! Mach eine Tee-Party mit mir! Lecker! Hm, lecker! Hey, hier gibt es ja gar keinen Tee! Ich mag dieses Spiel nicht! Christi, willst du mit mir spielen? Hier, ich hab einen richtigen Snack für dich! Hey, das ist nicht fair! Paprika! Ich hasse Gemüse! Hm? Wie wär's mit Paprika-Pommes? Ich liebe Pommes! Danke, Dad! Mom ist wieder da! Oh! Schatz, ich gehe! Pass du auf die Kinder auf! Wie fandet ihr unsere Familiengeschichte? Schreibt uns, welcher Lifehack euch am besten gefallen hat! Und vergesst nicht, uns zu abonnieren! Und lasst auch einen Kommentar da! Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst! Wir freuen uns! Bis zum nächsten Mal!